Matzi! Tschüss! Der müde wieder der Matz, ne? Nur abrufen. Sieht aus wie Max Schmeling. Der sieht aus wie Max Schmeling? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, ein Boxer-Gesicht. Du guckst aber ganz schön skeptisch, ne? Was ist das für ein komisches Teil? Tschüss! Eddy, tschüss! Was musst du für ein Eddy tschüss sagen, Andrea? Tschüss!